So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren, falls ihr das ganze feiert, dass ich jeden Tag für euch den Shop hochlade, dann lasst gerne ein Like da und noch ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen. Wir haben noch ganz genau 17 Sekunden. Ich hoffe, dass heute endlich das krasse Emote reinkommt, worauf echt jeder gefühlt wartet. Ein neuer Skin vielleicht und was Seltenes. Ich erwarte viel, ich denke mal aber eher weniger das, was davon reinkommen wird. Vielleicht ein neuer Skin, aber ich denke mal Emote nicht. Oh, was? Oh mein Gott. Okay. Okay. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Und es kostet V-Bucks, Leute. Es kostet einfach V-Bucks. Ich dachte, das kostet echt Geld. Ich habe euch ja das Paket vor vier Tagen vorgestellt. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Haben wir irgendwas Seltenes da? Das andere interessiert uns einfach gar nicht, oder? Schauen wir aber natürlich auch gleich rein. Alter. Doppelagentenpaket. Oh shit. Let's go. Man kann es verschenken. Oha. Man kann es verschenken. Wir haben hier... Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Also, ihr habt hier schwarz und weiß. Also schwarz, weiß, gold. Okay, auch das gleiche bei den Backpacks. Aber ich glaube, dazu brauche ich jetzt nicht immer die Farben switchen. Switcht ihr hier automatisch. Boah, das ist ein stabiles Paket. Das ist ein mächtiges Paket. Und das nur für 2500. 2500. Also, das lohnt sich echt. Das lohnt sich echt. Vergesst nicht, Credit Code Fairs einzutragen. Würde mich echt extrem supporten. Das ist ein heftiger Skin. Also, den feiere ich sowieso. Der ist echt... Das ist ein schwitziger Skin. Paket. Also, da habe ich nichts zu meckern. Perfekte Skins drin. Perfekt. Kann man nicht meckern. Was gibt es hier zu meckern? Nichts. Auch noch passende Spitzacken dazu, Leute. Ja, moin. Für 1, 2, 3 Spitzacken. Gut. Ist okay. Ich finde eigentlich nur die am heftigsten. Ja, der Sound ist... Schmeckt. Schmeckt. Die gab es mal kostenlos. Ist jetzt so ein Recolor. Hat einen heftigen Sound. Und die feiere ich überhaupt nicht. Ne. Heftig. Schmeckt. Krass. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber hey, wir haben was Neues reinbekommen. Knallkopf ist wieder zurück. Ist ein lustiger... Ja, schon witziger Skin, würde ich sagen. Für 1, 2. Perfekter Preis. Krypto ist ganz okay. Mit dem passenden Backpack finde ich das schon ganz nice. Lackierung ist auch echt okay. Kann man nicht meckern. Dann haben wir hier... Ja. Oh. 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 Das ist selten. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist selten. Also wir haben ja heute brutal viel am Start. Ich sag euch mal gleich, wie selten es ist. Oder? Ist es selten? Äh, was? Ja, normal ist es selten. Krass. Das war zuletzt vor 583 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Boah. Das ist eine seltene Spitzhacke. Fast 600 Tage her. Alter. Krass. Also heute der Shop. Ich muss dem Shop eine 1 geben. Das... Das gibt selten sowas. So einen guten Shop gibt es selten, Leute. Seid mir ehrlich. Zwei neue Pakete. Seltene Spitzhacke. Gute Skins. Gutes Emote. Heftig. Also heute... Heute ist... Macht es hier Spaß, den Shop zu kommentieren. Okay. Also schreibt es mal eure Meinung zum Shop in die Kommentare. Klappe die 14. Perfektes Emote. Wilder Kanonier. Finde ich nicht nice. Lama Glocke. Ist heftig. Nice. Dann haben wir hier Rage Quit. Und die ganzen Sonderangebote. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Shop Video. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video.